Das Zentrum für E-Learning, Didaktik und Ausbildungsforschung der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover präsentiert euch in diesem Video die Blutentnahme bei der Schlange. Es wird hier nur eine korrekte Methode gezeigt, die entsprechende Fertigkeit durchzuführen. Benötigt werden für diese Übung im Skills Lab ein Simulator, ausreichend Tupfer, ein Probengefäß mit Lithium-Heparin, eine 24-G-Kanüle, eine 1 ml Spritze, ein wasserfester Stift, Zellstoff, eine Nierenschale, Desinfektionsmittel, einmal Handschuhe und ein Abwurfbehälter. Es sollte eine eher großvolumige Kanüle gewählt werden, da das Blut bei Reptilien aufgrund der relativ großen, kernhaltigen Erythrozyten, des meist geringeren Blutdrucks und der schnellen Gerinnung in kürzester Zeit die Kanüle verstopft. Zudem erfolgt bei Reptilien immer eine blinde Punktion der Venen ohne Stauern. Daher kann auch immer Lymphen mit dem Blut aspiriert werden. Die Blutentnahmestelle der Wahl stellt bei der Schlange die ventrale Schwanzvene Venacoccygialis ventralis dar, die distal der Kloake in der medianen, ventral der Wirbelkörper, der Schwanzwebelsäule liegt. Alternative Entnahmestellen bei der Schlange sind die Entnahme direkt aus dem Herzen oder die Jugularvene. Zunächst werden alle benötigten Materialien in Reichweite bereitgelegt. Als Unterlage wird Zellstoff ausgelegt. Das Probengefäß wird beschriftet und die Kanüle wird auf die Spritze gesetzt. Die lebendige Schlange wird für die Blutentnahme von einer Hilfsperson mit einer Hand am Kopf und mit der anderen Hand am Körper enthängender Position fixiert. Hier am Modell wird auf die Fixation durch eine Hilfsperson verzichtet. Die Person, die das Blut abnimmt, hält die Schlange am caudalen Schwanzende fest, um eine bessere Kontrolle bei der Punktion zu erlangen. Hierbei wird der Schwanz mit Daumen und Zeigefinger oder Mittelfinger der nicht-dominanten Hand gehalten. Die Punktionsstelle wird mit ausreichend Hautdesinfektionsmittel desinfiziert und mit einem Tupfer abgetrocknet. Dazu wird mit dem Tupfer einmal in Verlaufsrichtung der Schuppen über die Punktionsstelle gewischt. Bei Bedarf wird mit weiteren Tupfern ebenso verfahren. Nun wird die vorbereitete Spritze mit Kanüle in die dominante Hand genommen, am Konus fixiert und die Vene im Winkel von 45 Grad punktiert. Der Anschliff zeigt dabei vom Tier weg. Ist kein Blut im Konus zu sehen, wird der Winkel der Kanüle leicht verändert, ohne diese dabei aus dem Tierkörper zu ziehen. Ist weiterhin kein Blut im Konus sichtbar, muss die Spritze mit aufgesetzter Kanüle aus dem Tierkörper herausgezogen werden. Die Kanüle wird verworfen und mit einer neuen Kanüle weiter proximal ein erneuter Versuch unternommen. Während der Blutentnahme wird der Konus stets mit Daumen und Zeige oder Mittelfinger der nicht-dominanten Hand fixiert. Wurde die Vene erfolgreich punktiert, wird die gewünschte Menge Blut entnommen. Meist sind mindestens 0,5 Milliliter nötig, abhängig von den gewünschten Parametern. Anschließend wird ein Tupfer auf die Punktionsstelle gedrückt, gleichzeitig wird die Spritze mit aufgesetzter Kanüle herausgezogen. Die Kanüle wird im Abwurfbehälter entsorgt. Um eine Gerinnung des Blutes zu vermeiden, muss das Blut möglichst zügig in das Lithium-Heparin-Röhrchen überführt werden. Das Blut wird mit Kontakt zur Wand des Röhrchens eingefüllt, der Deckel verschlossen und das Röhrchen einige Male vorsichtig geschwenkt. Hinweis, am lebenden Tier wird die Kanüle soweit vorgeschoben, bis die Wirbelkörper als Widerstand fühlbar sind. Die Kanüle wird leicht zurück in die anliegende Vene gezogen und dann das Blut aspiriert. Dieser Schritt ist am Modell nicht durchführbar. Man sieht doch jetzt beim Prü�ن aus. Was ist am Weg zu Schatz einfach in die Nahe. Hier des Blut, hier das Blut von der Schlage sind. Was ist am Weg zu Schatz? Was ist ein Blut? Was ist ein Blut? Man sieht gleich gut aus, aber es ist ein Blutw trials aus. Was ist am Weg zu Schatz? Was ist dum? Deine sund hat, was sicher... Was ist ein Blut? Was ist ein Blut?